Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 22.11.2022 und hau mal richtig drauf, oder so ähnlich, da hat man bei den Olympischen Sommerspielen eine Runde gemacht, das wäre aber auch, glaube ich, bitter nötig, die Gute, die sitzt hier schon ziemlich gelangweilt auf ihrem Grau, weil der nicht los will, der wollte auch nicht nach oben, der wollte erstmal in die andere Richtung, ein bisschen unten rumkleckern, dann war ich hier bei unserer 365, da hat man ja gesagt, vorsichtig, wenn er unter 365 kippt, dann wäre das eher ein Indiz, dass er halt wieder in der Range ist, ich hatte gesagt, so richtig shorten würde ich dann da auch nicht wollen, weil es einfach nur in der Range ist, aber von der Tendenz her hat er dann halt den Trendcharakter verloren, dass es dann kein oben rausspringen, sondern es ist halt wieder Range, Geschiebe zur Seite und das hat er gemacht, grundsätzlich, wenn er wirklich Range spielt jetzt, wäre dann die Range-Unterkante auch tatsächlich wieder dran, das heißt, man dürfte ihn durchaus bis wieder in den Bereich um 14.200, 14.100 erwarten, wenn er auch zum Dienstag sich wieder schwächer zeigt und ich sage mal unterhalb der Tageshofs vom Montag notiert, wird sich weitere Tiefs unter dem Montag, auch wenn es jetzt wirklich ein bisschen flachsig klingt, weil nicht viel Bewegung da ist oder da war, aber damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten, im schlimmsten Fall geht das bis Jahresende jetzt noch so, da gab es genug Jahre, wo man Ähnliches gesehen hat, da ging es sogar manchmal noch ein bisschen Februar hinein, wo dann der DAX irgendwie auf 50 bis 30 Punkte im Tagesspanne umgeschlagen hat, das hatten wir uns im letzten Webinar am Wochenende, am vorletzten Wochenende auch schon mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, insbesondere ja eben auch, wie hat der DAX damals, wie hat er damals reagiert auf diese fette grüne Kerze im November, wir können ja hier jetzt auch nochmal reingucken, ich habe mit euch das schon gemacht, das war der November 2020, äh, ein, doch, November 2020, ich glaube es auch so eine Impfstoffkerze und dann übelst das Gemähe zur Seite, immer kleiner, die Tageskerzen, da ist schon gar nichts mehr passiert, dann einmal oben rausgestochen, wieder zurückgerannt, nächsten Tag wieder rausgestochen und dann ging es aber dort auch zur Seite und guckt mal, dann haben wir hier 11. Dezember, 12. Dezember nochmal einen Tiefpunkt und dann hat er mal drei ganze Tage oben rausgerissen, wieder alles zurück und dann noch bis Weihnachten hochgezogen, bis Neujahr, ne, also das, das hat der Markt schon einmal mit einer ähnlichen Situation veranstaltet, deswegen, ähm, müssen wir hier erstmal so arbeiten, dass wir sagen, okay, im Zweifel wieder das Gleiche, ne, außer er beweist anderes, anderes beweisen müsste unter 14.100 fallen, ne, das kann man eigentlich so, so klar auch festhalten, Tageschart hier Inside Day, Tageskerze in der Kerzenkörperspanne des Vortages, da, keine Signale, hier nicht drüber, kein Aufwärtsgap, nicht drüber gerannt, keine Signale oben, unten, die 365 eben angeklickert, ein kleines tieferes Tief reingelegt, sind jetzt aber nicht unbedingt die Verkäufer drauf angesprochen, muss man ja auch so sagen, ne, also da ist jetzt kein Verkaufsdruck reingekommen mit dem Hoch, das ist der letzten Unterschützung hier, ähm, von daher, ja, Signallos, ähm, Tendenz ist hier noch aufwärts, wir haben noch Druck auf der Oberseite, wir sind noch im aktiven Aufwärtstrend, weiter hoch sollten eingeplant werden, insbesondere wenn auch zum Dienstag Aufwärtsgap kommt, wenn es denn gehalten wird, ja, und, ähm, ich kann's nur von gestern eigentlich wieder wiederholen, oberhalb von 4,45 ist er für mich long, unterhalb von 3,65 eher abwärts tendiert, aber ich würde nicht unbedingt shorten wollen, weißt du, ja, man sieht ja jetzt warum, ne, also das, so in der, so in der Art kann es halt immer, du kannst denken, boah, jetzt rennt der los, dann setzt ein Short rein und plötzlich bleibt der Markt stehen und die nächsten zwei Stunden läuft er dann in die andere Richtung nach oben, ähm, ohne viel Strecke zu machen, einfach bloß so kleckerweise und dann sitzt man zwei Stunden in so einem Trade, der einen so Punkt für Punkt, aller Viertelstunde weiter ins Minus läuft und das macht einfach keinen Spaß und deswegen würde ich sagen, dann einfach weglassen oder was anderes traden oder andere Märkte angucken, aber, ähm, ich, auch hier, ich hätte nicht unbedingt Bock unter 3,65 jetzt zu shorten, ne, ähm, auch am, am Dienstag nicht, ne, ich würde warten, bis der dann hier ein bisschen, ein bisschen mehr Feuer drauf gekriegt und auch an der 4,100 hier mal war, ähm, 4,150 wird auch noch Unterstützung jetzt, die alte Keilkante, oder wenn er oben rausgeht, wäre für mich long interessant, aber für Short würde ich gerne sowas hier eigentlich sehen, ne, richtig schöne Action nach unten, die dann eben auch bedient und gehalten wird, ja, so, Punkt, Ende, aus, können wir zu machen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.